Herr Schaaf, in Ihrer Bremer Zeit gehörte so ein 1 zu 0 ja nicht gerade zum Standardergebnis mit Werder Bremen. Täuscht der Eindruck, dass Sie sich da heute vielleicht mehr darüber freuen als über ein 4 zu 3 Spektakel? Zu meiner Bremer Zeit habe ich mit dem 1 zu 0 angefangen. Sehen Sie? 1 zu 0 für den Trainer.